Jo moin und Leute, herzlich willkommen zu den Predictions zum vorletzten Spieltag, Spieltag 33 der Easy Credit BBL Basketball Bundesliga mit den Predictions, Saison 20, 23, 24, los geht's, alle Spiele live auf dein. Heute um 18.30 Uhr, die ich vergessen habe zu tippen, also am Mittwoch, dem 8. gestern. Chemnitz gegen Braunschweiger New York Alliance, das ging 82 zu 68 aus für die Niners aus Chemnitz. Dann Rostock-Siewelsk, unterliegen die Kreilsheim, die Harko-Merlins-Kreilsheim, 70 zu 85. Dann die Würzburger Kickers haben gewonnen gegen Heidelberg, mit Würzburg-Baskets haben gewonnen gegen Heidelberg, 98 zu 84. Dann Ludwigsburg hat verloren gegen FC Bayern München, 80 zu 85. Und die Berlin-Adler aus Berlin haben die Telekom-Baskets aus Bonn geschlagen, 90 zu 86. Dann heute, also morgen um 15.30 Uhr. Rathofarm-Ulm verletzt gegen EBE-Baskets-Ollenburg, 80 zu 91, nach Overtan. Dann Bamberg-Baskets gewinnen gegen Rasta-Fechta, mit 86 zu 57. Um 17.00 Uhr, Tiger-Stübingen, unterliegt Hamburg-Towers 80 zu 91, 88 zu 91, ebenfalls nach Overtan. Und um 18.30 Uhr in ihrem letzten Heimspiel der Saison BG Göttingen gegen St. Tenex MBC. Das Ganze geht 95 zu 74 aus für die BG Göttingen. Herzlichen Glückwunsch! So, das war's vom 33. Spieltag, vorletzten Spieltag, der Easy Credit BBL Basketball-Bundesliga für die Saison 2023-2024. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen. Das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesen. Channel und bis Deiner. Good Baskets! Ciao!